Und was der Fichtel uns jetzt gleich sagen wird, das werden wir uns anhören. Nicht von der Party, die Moody's. Ich bin der kleine Fichtel von Zauberland, und wer euch der Leute gebraucht hat, Stammt. Unser Wille ist bedroht, schläftet ihr meine Proposition, mit dem ich werde hier glücklich sein. Nein, nein, nein... Aber ich bin endlich in der Kumpel nicht mehr und ich bin nicht mehr so ruhig´ver adaht, und ich bin endlich in der Hand, ich bin unbedingt nimmlich, bis ich nach acht fits und nicht mehr... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR